Ah, guten Morgen, liebe Interneter. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft live in the woods. Wir machen heute die Schaffarm, wie angekündigt. Ne, die Schweinefarm. Schiefchen haben wir ja schon. Genug. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Erde. Die holen wir uns mal hier schnell. Geben wir mal einen Stack, das sollte reichen. Genau. Wir müssen da ein bisschen rumdörtern. Am Boden vor allem. Und dann bekommen unsere Schäfchen Nachbarn, ne? Was natürlich jetzt doof ist, dass genau unter unserer Schweinefarm so ein kleines Abbaugebiet liegt. Aber das kann man ja vorher nicht wissen, ne? So. Dann ziehen wir das hier schon mal durch. Oh, das wird wieder nicht reichen. Ich seh's jetzt schon. Am Zaunmaterial. Kacke. Sollen wir das da einfach mal behalten? Das Loch? Ne. Das gucken wir mal zu. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie weit wir das nach hinten gezogen hatten bei den Schäfchen. Ich glaub, das waren zwölf. Hallo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwölf. So. Ich kann hier einmal schnell den Boden kaputt machen. Erde rein. Huch. Rein, hab ich gesagt. Und dann müssen wir nur noch Schweine finden. Oha. Aber das Gute ist, wenn wir Schweinchen haben, müssen wir uns nie wieder vegan ernähren. Yeah. Endlich ungesund leben. Das ist ja wie im Real Life. Was flattert denn da rum auf der linken Seite im Schatten? Das hab ich doch grad gesehen. Ach so, das sind die Bäume. Oh, ich weiß ja, wie wir das ja am Anfang alles zugemacht haben mit Erde. Das hat aber auch ewig gedauert, dass das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Ein langer, steiniger Weg liegt hinter uns, wirklich. Aber bis jetzt ist das ganz cool geworden. Das muss ich wirklich mal sagen. Wenn man sich so die erste Folge anguckt. Na gut, die erste zählt ja nicht so wirklich. Wir sind da die ersten drei Folgen rumgelatscht. Also wenn man sich so die vierte Folge anguckt, wie das hier alles so aussah, ist das eigentlich kaum mehr wiederzuerkennen. Also so gar nicht mehr, ne? Und dann ziehen wir hier einmal den Zaun rum. Ich hoffe so, dass das jetzt reicht. Das wird sich genau wieder nicht ausgehen, ne? Doch, 20 Stück haben wir noch. Super. Gut. Jippie. Wir brauchen noch ein Tor, natürlich. Ups. Und für Schweinehäuschen würde ich ganz gern gebrannten Ton nehmen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie steht mir der Sinn nach gebrannten Ton. Ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen in der Umgebung Ton finden im Wasser. Oh, perfekt. Das wäre ja perfekt abgezählt. So, hier kommt das Tor nachher rein. Hier dann nachher die Kiste und das Schild. Schild hätten wir schon am Start, ne? Oh, was war denn das? Du kannst sie doch nicht so erstrecken hier. Schnitzel. Spaß. Land. So. Zack. Was ist denn das jetzt so schief? Ach, egal. Nehme ich in Kauf. Sieht cool aus irgendwie. So. Dann wollten wir uns schnell ein Tor machen. Er ist halt den ganzen Scheiß, den wir nicht mehr brauchen, hier reinwerfen. Verrottetes Fleisch rein. Erde rein. Sand rein. Hellgrüner Stein rein. Hornstein rein. Quazit. Die Blümchen. Den Faden. Den Klee. Jo. So. Dann passt das erstmal. Zeig mal. So. Was wollte ich jetzt machen? Ein Zaun. Ein Zauntor wollte ich machen. Genau. Äh, da fehlen uns Sticks für. So, das sollte reichen. Äh. Hallo. Vier Stück. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Super. Und dann müssen wir uns auch eine Kiste machen. Zwecksordnung. So. Geile Sache. Und jetzt nur noch Schweine finden. Ich weiß gar nicht mehr. Entschuldigung, bin wieder an meinen Ständen gegangen. Der ist aber auch riesig. Was man so munkelt. Äh. Da, 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 da. Hier kommt das Türchen rein. Genau. Die Tür hier. Habe ich noch, habe ich noch Stufen? Jo. Super. Eins, zwei. Und dann müssen wir das auch noch abfackeln, alles. So. Machen wir genau wie drüben, ne? Dass wir da so eine kleine Grundordnung drin haben. Eins, zwei, drei, vier. Da. Und da. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Fackel. Eins, zwei, drei, vier. Fackel. Und Fackel. Eins, zwei, drei. Sitz hier jetzt genau wie drüben. Ja, ne? Jo. Da. Also, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Und hier noch eine. Hier müsste die, ne? Sieht jedenfalls so aus. Und dann machen wir hier noch eine ran. Und dann passt das. So. Und ich weiß jetzt nicht. Kartoffeln oder Karotten? Das ist die Frage. Hier gehen wir mal noch schnell. Die Schafe füttern. Das sollte dann aber auch reichen, ne? An Schäfchen. Wenn nicht, müssen wir mal auf große Schlachtertour gehen. So. Der Schlachtersimulator 2017. Mehret euch. So. Gehen wir mal die IP, die ihr gedroppt habt noch. Ist zwar nicht so viel, aber besser. Was ist mit dir hier? Heribert. Geh doch. So. Viel Spaß, ihr Schäfchen. Fuck, sind das viele. So, und dann holen wir uns mal ein paar Kartoffeln und ein paar Karotten. Und ich glaube, Schweine waren, wenn mich nicht alles täuscht, beim Nachbarn. Dann gucken wir mal, ob der Nachbarn da ein Schwein am Start hat. So. Darüber geht das. Aber erst mal das Wichtigste. Trinken. Mmh. Lecker. Wird das schon wieder dunkel? Ich glaube, mein Schwein pfeift, das wird schon wieder dunkel. Da hinten hätten wir noch ein Schäfchen. Kühe wären halt geil. Das haben wir ja auch irgendwann mal im Livestream gemacht, ne? Den Durchgang. Den finde ich eigentlich ganz geil mit diesem kleinen Teich hier noch. Der ist ganz schön geworden. So. Dann gucken wir mal. Moin, ihr Pimmelnasen. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde mir gerne ein Schwein ausleihen, wenn das genehm ist. Zwei wären natürlich noch um einiges geiler. Oh, guck mal. Die haben wir neu angepflanzt, ne? Brombeeren. Kürbis. Auberginen haben wir auch schon. Das waren die Chili-Pflanzen. Erbse haben wir, glaube ich, auch. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, kacke. Die haben kein Schwein am Start, ne? Was ist das hier? Das kann man nicht abbauen. Okay. Ihr hattet hier doch mal Schweine. Habe ich die alle getötet? Ich glaube, das Ding ist, bei Life in the Woods werden die Tiere nicht nachge... ...belebt. Also, wenn man die einmal getötet hat, sind die weg von der Map. Was ich natürlich am Anfang nicht wusste. Und das macht die Sache ein bisschen kompliziert und bescheuert. So, warte mal. Wir werden uns mal was zu essen reinpfeifen. Da hinten ist eins. Und da auch. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht von Mobs kaputt gemacht werden. Komm. Hallo. No peggity. Komm mit. Das folgt uns brav. Super, dann hätten wir schon mal eins. Und dann müssen wir uns leider bei allen Schweinchen, dass wir rechtzeitig noch vor dem Monster-Einbruch nach Hause kommen. Komm mit sie, kommen mit sie. Ja, da geht das nämlich schon los. Komm. Schweinchen, keine Angst hier. Ich hab... Komm, 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 komm. Oh, du dummes Schwein. Ich hasse es, Tiere zu ziehen. Das ist so nervig. Kommst du bitte? Oh. Du bist schon jetzt nicht mein Freund. Pass. So, komm. Oh. Schweinchen, Alter. Beweg dich. Ach so. Man sollte auch die Karotte auswählen. Damit das Schwein mitkommt. Oh Mann, ich bin so ein Honk manchmal. So, dafür haben wir extra den Weg gebaut. Oh. Oh, Bingo. Wie großartig ist das denn? Da haben wir gleich zwei. Komm her. Schweinske. Auf ins Schnitzelland. Weil Schnitzel schmeckt ja lecker. Guter alte Schweineschnitzel. Ich hab jetzt so ein bisschen die Angst, dass hinter mir ein Krieger ist. Oh, er geht da einfach oben lang. Der kennt nichts. Das ist Le Parcours-Schwein. Komm, Le Parcours-Schwein. Okay, bleib erstmal kurz da. Boah, da oben ist ein Zombie in der Goldrüstung, ne? Das sieht ja geil aus. So, Nummer eins. Hoffentlich hat er uns nicht entdeckt, der Zombie. Komm. Weiter geht er. Jetzt aber Karotti. Hauptsache. Geil, wir haben Schweine. Bitteschön. Hi. Lass mal meine Schweine in Ruhe. Ich will kein Zombieschwein haben. Aue. Jetzt hat er mal deine Fackel kaputt gemacht. So. Jetzt aber ganz schnell nach Hause. Boah, da haben wir jetzt schon mal was Wichtiges geschafft. Und zwar die Schweinefarm und die Schaffarm. Das ist ja großartig. Dann machen wir uns das ja gleich ein bisschen gemütlich und hübsch mit den Schweinchen. So. Aber erstmal, wie gehabt. So. Guten Morgen. Zombies verbrennen alle schön. Aber das Haus sieht noch so scheiße aus von innen, ne? Das wollten wir irgendwann mal alles abreißen, aber habe ich dann vernüdelt. Wo brennen die? Komm, auch du und brenn. Wo bist du? Ich höre euch doch sterben. So. Dann gucken wir uns das mal an. Was wir da schönes Geschaffen haben hinten. Boah, der Weizen kommt in letzter Zeit aber auch gut. Gib mir das. Und wo? Wenn ihr irgendwann mal Fragen haben solltet zum Let's Play oder Ideen, was wir noch bauen können, bin ich echt gerne offen für Sachen. Könnt ihr mir gerne einfach schreiben, ey, mach mal das und das und ich überlege dann, ob das irgendwie reinpasst. So sieht das natürlich alles ein bisschen leer aus, da, ne? Hallo. Wollt ihr nochmal? Ne. Gut. Äh, Ton. Wir waren auf der Suche nach gutem alten Ton. So, und da hatten wir da hinten, wenn mich nicht alles täuscht, so einen Riesensee, ne? Oh, sieht schon so geil aus. Was machen die Birken hier? Oh, mittendrin. Da ist eine schon mal gekommen wieder. Oh ja. Die kommen alle langsam. Sehr, sehr cool. Oh, haben wir einen Apfel? Ne, eine Kirsche. Hm, auch schön. So, und dann gehen wir mal nach da hinten. Da müssen wir dann auch nochmal den Weg langziehen. Zu dem See. Das ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Hust. Boah, das wird auch ein langes Ding da, den Weg dahin zu düdeln. Bis nach da durch. Das könnten wir in den nächsten paar Folgen machen. Also, ich schätze mal zwei, drei Folgen, wenn wir da mindestens brauchen. So, und jetzt heißt es Ton suchen. Äh, mach mal Piepton. Das ist Gras hier alles. Sag mal, gibt es hier keinen Ton? Sehr viel Sand gibt es hier. Den Kies könnten wir mal gleich mitnehmen. Wenn wir vorhaben, den Weg da eh so weit zu bauen, wäre das, glaube ich, ganz praktisch. Können wir da möglichst viel Kies gleich mit haben. Gibt mir den Kies. Gibt mir den Kies. Danke schön. Und ich muss niesen. Nein. Wie unprofessionell. Oh, Hühner. Ich. Danke. So, Hühner können wir uns dann hier auch nachher irgendwann mopsen. Großartig. Gut, da bauen wir aber auch erst den Weg durch. Scheiße, hier gibt es nicht. Ein bisschen Ton. Das finde ich gerade ein bisschen scheiße, ganz ehrlich. Vielleicht weiter nach hinten raus. Ah, sieht auch nicht so aus, ne? Doch, doch. Da haben wir ihn. Tonziegel. Sehr schön. Oh ja. Das wird hübsch. Den müssen wir dann halt nur brennen, ne? Fische haben wir hier auch. Ach, siehst du, was ich gesehen habe, man kann sich sogar Fischfallen bauen. Was dann natürlich sehr geil wäre, wenn wir es schaffen würden, unsere zwei Mini-Seen miteinander zu verbinden. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen optimistisch. Nein, das ist ein Monsterpilz. Warte mal. Geil. Aber irgendwie wäre das auch ganz cool, ne? Wenn wir mal Glas brauchen, hier haben wir genug Sand auch. Geil. Ach, hier haben wir noch Kies. Super. Gehen wir das mal gleich. Bock, 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 bock. So. Dann pass mal auf, was wir jetzt machen. Erstmal was essen. Natürlich. Im Wasser eine Ofenkartoffel kommt immer grenzgenial. Hier haben wir auch noch ein bisschen Kies. Wie praktisch für das, was ich gerade vorhabe. Weil wenn wir schon mal hier sind, können wir schon mal anfangen, so halbwegs den Weg durchzuziehen. Also so weit, wie es erstmal geht. Dann müsste dann ja eigentlich bis zu dem... Ist die Frage, ob wir denn so den Highway über den Pimmelnasen machen wollen, der so links-rechts abgeht. Aber ich glaube, das wäre ganz geil. Das Gute ist, dass wir da noch den Ort der Schande haben. Jetzt nicht mehr. Toll. Einmal was sagen. Und schon hat man es versaut. Das müssen wir auch noch irgendwann auffüllen. So. Das heißt, wir machen das zu unserem Badeloch. Was dann hier wäre. Oh, warte mal. Wir brauchen die Erde. Nee. Und den Kies. Ist jetzt nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Scheiße. Ja, hier kann das gern schon die erste Biegung nehmen. So, eins, zwei, drei, vier. Oh, ich hasse dich. Echt. Dieser scheiß Klee jedes Mal. Dass er den auch nicht einfach wegzieht. Wenn man da drauf bauen möchte. So. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. So. Dann kommt hier schon mal der Kies rein. Der eine war zu viel grad, ne? Ja. Und dann gucken wir mal, wie lange die Schaufel reicht. Boah, das wird, das wird ein langes Unerfangen. Echt, bis dahinten den Weg durchzuknübeln. Aber das könnte, wie gesagt, recht geil werden. So, dann müsste es ja hier weitergehen. Cool. Haben wir noch ein bisschen Kürbis abgeholzt. Hier müssen wir dann nachher mit den Zimmermannsblöcken noch eine Treppe bauen. Dass das dann bis hier geht. Boah, fuck, Alter. Gut. Ich würde mal sagen, den Rest machen wir dann von der anderen Seite aus. Dass wir da irgendwie wissen, wo da überhaupt der Startpunkt wäre. Und wir jetzt nicht so ins Blaue bauen. Oder wir machen es von hier weg. Ne, ich glaube, wenn, dann machen wir es von hier weg. Können hier schon mal ein bisschen auffüllen. Ne? Müsste ja so weit gehen. Genau. Jetzt wird das hier schon wieder für Blümchen. Margetitten, glaube ich, ne? Na, mögt ihr auch Titten? So. Genau. Dann wird der Baum da weggefletzt. Wir ziehen hier schon mal ein bisschen weiter. Wenn wir jetzt schon mal an der Ecke sind, dann machen wir das mal gleich ein bisschen vernünftig schon. bis unser Schaufel im Geist aufgeht, wenigstens. Dass wir da ganz gut durchkommen. So, das war es schon. Und wir haben übrigens so einen neuen Skin. Für findige Leute, denen das aufgefallen ist. Die Hand sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. So, wir gehen mal jetzt zurück. Wir werden schon mal den Ton brennen. Und daraus dann Ziegel machen. Und die dann für unsere Schaffarben nehmen. Und dann würde ich mal sagen, war das eine erfolgreiche Folge mal wieder. Äh, äh, Ton. Da. Den halbieren wir mal, damit das ein bisschen flotter geht. Zack. Und dann müssen wir mal gucken, wie das war mit den Ziegeln. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich glaube, aus einem Ton kam ein Ziegel raus, ne? Genau. Und dann brauchst du, ich glaube, wie viel hat man gebraucht für einen Ziegelstein? Müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt mit auskommen, dann mit unserem Ton. Ziegel. Da hätten wir es. Ziegelblock. Ziegelsteine. Vier Stück. Alles klar. Gut. Ups. Ich weiß schon, wie wir das machen. Wir machen uns in Stufen und machen das mit Zimmermannsblöcken. Dann sollten wir das auf jeden Fall schaffen. Das sollte dann auch reichen, vom Ton her. Genau, aber schnell alles holen. Super. Dann können wir gleich wieder einordnen. Da hatten wir, glaube ich, schon was, oder? Da unten fürs Zucherrohr, genau. 13. Naja, besser als gar nichts. So, dann geht's jetzt heier machen. Und dann sag ich danke fürs Zusehen. Oh. Es wird immer mehr. Jippie. Das freut mich. Das freut mich. Irgendwann werden wir dann mal anfangen, das neue Haus zu bauen, beziehungsweise das richtige, gute Haus. Das ist ja hier nur so unsere kleine Behausung für den ganzen Viehzeug und Felderzeug und Zeug und Zeug und Zeug und Zeug und Zeug. Also nicht wundern, das hier wird nicht das richtige Haus. Ich glaube, das bauen wir uns an den See. Wir könnten auch einen Fluss dann ziehen, der vom See hier unten lang zieht. In unseren See rein, ne? Hm. Alter. Das wird ne Arbeit. Gut, Leute. Ich empfehle mich. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht es gut. Danke fürs Zusehen. Ciao. Oh, hoppla. Falsche Tasse erwischt. Zack. Ciao. Baba. Ciao.